Ich hab kein Lied. Verstehen? Nöt hat er auf jeden Fall keins. Nee, zum Glück. Ich hab's verdacht, das ist eigentlich voll geil. Hinter uns kommt gerade eine, die bräuchte nochmal nen Tank. Snipe! Nein! Eventuell haben wir uns blöd angestellt. Ja, wir haben die halt voll geblockt, aber dafür geh jetzt halt ich drauf, mein Gott. Alles gut. Wir haben die halt voll geblockt, aber alle drei. Die Idioten. Bei mir war's halt, ich wollte dann rechts an den Football, sie wollten links an mir, dann bin ich gegen sie gerannt, dann wollte ich zurück, ich wollte zurück. Die andere kam noch. Er hätte Nöt auf drei gehabt. Eventuell waren wir dumm. Wer ist uns da denn entgegen gerannt, weißt du das, was das war? Im Klotet. Ich kann ja den Videoclip speichern. Ich kann ja den Videoclip speichern. Und jetzt kann ja jetzt meinen Propheten zeigen. Aber ich kann das nicht mehr so Obriglinigen sein. Vielen Dank.